Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Also ich habe jetzt mal Remf hier, kleinen Testrempf, hier ist die Batterie. Und zwar, ich hoffe ich habe jetzt noch alles angeklemmt, mache ich jetzt einfach mal den Remf an. Ich messe jetzt über der Batterie und drücke jetzt mal auf Auto. So, jetzt haben wir ja theoretisch hier die Nulllinie. Haben einen Ausschlag nach oben und, ja, einen Ausschlag nach unten halt. Sagen wir mal so, Batterie wird geladen, wo wir hier, sieht man es ja auch schon. Wenn ich jetzt vom Kollektor die Diode weg mache, da ändert sich gar nichts. Huh. Ja. 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 Vielen Dank.